Jonas, beim Auswärtssieg bei der WSG Tirol hast du eine kleine Verschnaufpause bekommen. Erzähl uns kurz, wie geht es dir jetzt körperlich? Wir haben jetzt zwei Tage frei gehabt und mir geht es jetzt wieder super. Ich bin topfit jetzt im Training wieder und bin wieder bereit für das nächste Spiel. Dank dem 2 zu 0 Erfolg bei der WSG Tirol hat man jetzt am Sonntag alles in der eigenen Hand. Man kann aus eigener Kraft die Meistergruppe erreichen. Wie wichtig ist die Voraussetzung für das Spiel? Sehr wichtig, aber wir werden das Spiel gewinnen und werden einen super Support für die Fans haben und ich glaube jeder ist sehr motiviert und wir werden alles geben. Du hast die Fans gerade angesprochen, es werden über 15.000 Zuschauer erwartet. Wie groß ist die Vorfreude darauf? Die Vorfreude ist sehr groß auf die Fans wieder in einem fast vollen Stadion zu spielen und die werden uns sicher sehr gut unterstützen und wir werden das mitnehmen. Zu Gast ist der Aufsteiger aus Klagenfurt. Für die geht es auch noch um die Meistergruppe. Spielt das in irgendeiner Art und Weise eine Rolle bei der Vorbereitung aufs Spiel? Für uns spielt das keine Rolle. Wir wollen das Spiel gewinnen und Kevin, am Sonntag wartet das Grunddurchgangsfinale in der Admiral Bundesliga. Zu Gast ist der Aufsteiger aus Klagenfurt. Was für ein Spiel werdet ihr euch vorbereiten? Ja, ich glaube wir wissen alle, um was das geht. Wir haben den Grundstein gelegt in Tirol mit dem Sieg. Ich glaube, es war sehr wichtig für uns. Ich glaube, die Stimmung ist sehr gut in der Mannschaft. Wir wollen unbedingt drei Punkte holen. Wir werden von Anfang an Gas geben, natürlich nur auf Sieg spielen. Darauf bereiten wir uns jetzt die Woche schon vor. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Matchplan und den werden wir natürlich versuchen dann von der ersten Minute an umzusetzen. Ich glaube, wir sind alle höchst motiviert. Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen natürlich, dass wir von Beginn an eine gute Leistung zeigen und dann keine Zweifel aufkommen lassen, wer als Sieger vom Platz geht. Es sind jetzt schon über 15.000 Karten verkauft. Wie hoch ist die Vorfreude auf das Spiel, wenn man weiß, dass das Stadion recht voll sein wird? Ich glaube, wir haben heute schon in der Früh einmal geredet, dass schon so viele Karten verkauft sind. Das ist natürlich ein super Zeichen von den Fans. Ich glaube, das zeichnet rapide auch einfach aus, dass die Fans immer hinter der Mannschaft stehen, selbst wenn es schwierige Phasen gibt und wir werden alles dafür geben. Wir geben immer alles für den Verein und deswegen wollen wir natürlich die drei Punkte holen und dann hoffentlich den Heimsieg feiern und ins obere Playerfeind ziehen.